So Freunde, wir starten unsere Tour heute erneut. Heute Morgen war ja ein bisschen kacke. Wir hatten ja eine Shuffle gebucht und dann musste ich nach der dritten Abfahrt tatsächlich abbrechen. Marcel ist noch weiter gefahren bis zum Ende. Wir haben uns aber gesagt, wir machen jetzt einfach nochmal ein neues Video, weil wenn keiner vor der Kamera ist, sieht das irgendwie mal total bescheuert aus und langweilig. Fangen wir jetzt nochmal an mit neuen Trails, die wir noch nicht gefahren sind. Die habe ich nämlich vorhin entdeckt, wo ich zurückgefahren bin. Dazu gehört unter anderem auch eine offizielle EBS Stage. Die fahren wir gleich auch. Ich weiß nicht, ob wir da ein separates Video von machen. Ja, keine Ahnung. So toll war das jetzt auch nicht, aber ist schon cool auf jeden Fall. Cooles Feeling. Ja, wir pedalieren gerade nach oben. 600 Hübenmeter haben wir jetzt am Stück. Ist ganz schön warm. Puh, heute Morgen hat es echt geregnet. Jetzt schon wieder brutal warm. Ja, ihr wisst Bescheid. Wir nehmen euch natürlich mit auf unseren Trip und sagen mal bis gleich. Auf und rein. 3, 2, 1, Platz machen für den Shuttle. Wer kommt denn? Finale Express. Schönes Bullet war da drauf. Schönes Bullet. Und kein Bullet. Wir lieben Specialized. Ja, ich hoffe, dass meine Schulter jetzt hält. Ich wollte die Insta verfolgen, ein bisschen was los ist. Ich habe jetzt ein bisschen noch mal an Lenker, Bremse und Griffe umgefummelt, um so ein bisschen Entlastung, für Entlastung zu sorgen. Was guckst du? Ich guck nichts. Ich muss fahren. Mir ist gar schwarm, Alter. Ja komm, lass doch vor. Du bist doch schon gefahren hier. Ja, ich bin nochmal lame, weil meine Schulter kaputt ist. Der, der sagt, nao, das ist geil als Finale. Ey, nao, das ist geil. Nao, das ist geil. Nao, das ist geil. Nao, das ist geil. Ich will trocken, Junge. Ja, ich weiß. Okay. Oh, die Gabel. Du, Linz. Krass, Alter. Komm, kurz vor ein Loch hier. Eieiei. Wartest du bitte? Das ist keine EBS. EDR heißt das doch jetzt, glaube ich. So, gib Gas. Nein. Hier hoch? Ja, North Wales kennen wir noch nicht. Okay. Okay. Schotpistolen. Hier ballern sie alles weg, Alter. Hier ballern sie alles weg, Alter. Ja. Na ja, fahr du mal in Nauders lieber. Hallo. Hallo. Trail mit Kabel drin. Was? Trail mit Kabel drin, nennen wir sie jetzt. Kabel-Trail. Geht's hier runter? Da vorne rein. War doch ganz gut, ne? So eine Feierabendrunde. Ja. Da sagt noch mal einer an Levo's und Trail-Bike. Ja, erkannt man noch nicht. Weißt du Bescheid. Das war's aber auch schon. Leider. Ja. Aber jetzt kommt die Stage. Ist das okay? Gleich. Wir werden mal ein bisschen hochfahren jetzt wieder. Kannst du die Kamera mal einfach durchlaufen lassen? Ja. Nein, da geht's hier rum. Hab ich auch gedacht. Ich glaub da hab ich auch schon geguckt. Wie gesagt geht die Schulter. Ja. Noch nix. Also für alle, die sich hier ein bisschen auskennen. Wir sind jetzt oberhalb der Trails Casablanca und Lidl Champery. Genau. Die bin ich auch schon runtergefahren. Wohin? Da muss ja vorne wieder Gegenanstieg. Genau. Also die neun Trails. Für uns neun Trails sind auf jeden Fall oberhalb. Ja, das ist der. Ja, das ist der. Da bin ich... Ja, genau. Der Trail jetzt hier oberhalb von Casablanca. Und ja, da hab ich... Müssen wir eigentlich mal gucken. Machen wir eine Jammer. Der kann ja noch reagieren. Das machen wir nicht jetzt. Kommt da raus, siehst du? Ja, der muss aber von oben kommen, weil da oben ist er... Was ist denn da oben? Ich weiß es nicht. Wie kommt denn da hoch? Weiß ich nicht. Am besten ist wir den Trail einmal hochschieben. Kann man jetzt machen? Ne, heute nicht. So, auf jeden Fall, dieser Trail jetzt hier, der ist auch richtig hardcore, bin ich. Also, schon eine richtige Downal Strecke hier. Alter, ich bin so froh, meine Schulter hält gerade. Jawoll. Juhu. 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 Boah. Was für ein Geschädel hier, Alter. Okay. Oh Ich bin wirklich erstaunt. Ich bin jetzt das erste Mal mit dem Levo in den Bergen. Marcel fährt das Rad mit 165 mm. Muss ja noch krasser sein. Aber kein Push. Aber kein Push. Da ist eine Line, hier ist eine Line. Wir wollen ja jetzt eigentlich nur zu der Stage. Das ist hier gerade nur Mittel zum Zweck. Ja, hier über die Wellen. Einfach rüber. Hier aber ein Schilder oder was? Ne. Hat er gemacht. Ich lauere zu viel. Sorry Leute. Ich bin gerade so glücklich, dass ich wieder fahren kann. Das ist eigentlich ganz nice, oder? Also, es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt sagt, da muss man auslassen. Wir kommen in der Sache näher. Das ist irgendwie ein besonderer Flair. Ich finde es halt ein besonderer Flair. Sicher. Jetzt sowieso. Mit EDR sowieso, Alter. Da hat er gesagt, naudas ist geiler. Ist geiler. Er hat nicht gesagt, ist geil. Er hat gesagt, ist geiler. Da wäre er jetzt schon im Bett. Und wir machen jetzt hier unsere Feierabendrunde. Oh, welche Route gibt's nicht mehr. Ah, Jesse Melamed. Er hat hier pedaliert, wie so ein Bekloppten. Wie ein Geistkranken hat er pedaliert. Ich weiß gar nicht, ob er noch fährt. Ich verlegen, dass ich mir von gehört. Ja, hier hangen Schilder, aber die sind leider in meinem Rucksack gelandet. Bring die nicht um, ja? Wir sind da. Ja, wir sind da. Wir sind da. Ja, wir sind da. ich will mir das Fahrrad kaputt machen, Alter. Siehst du nämlich hier, wenn ich mir nicht zu weit hier kommst, du musst, wo musst du denn herfahren, Alter? Junge, da tue ich. Nein, du fährst hier bei den Dingen hier drüber, hier fährst du drüber und nicht da tue ich. Warum sind dann die ganzen Spuren? Weil das die Amateure waren. Ja, okay, dann fahren wir so, wie Marcel jetzt gesagt hat. So, Leute, offiziell hier. Das ist schon ruppig. Sollt die Jungs sich jetzt zumuten? Ja. Oh, wieder fast weg. Blind, Junge, blind, Alter! Hier werden die richtig pedalieren, die Jungs. Ja, so, wie die bekloppten werden sie, so. Alle Achtung, wie die hier runterbrechen müssen, Alter. Ja. Die sind einfach drei-, viermal so schnell. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Also das auch das Verbindungsstück zeigt einfach, wie schön Italien ist. Hat so einen geilen Tour-Flair hier. Also ich bin hier nach wie vor immer noch sehr begeistert, obwohl ich schon ein paar mal hier war. Genau. Also ich bin hier auf der Blick. Auf der Blick, aber das sind die 17, 17, wer ist hier um 15.50 Uhr? Ach, jetzt ist er wieder begeistert. Was ist denn da, Alter? Guck mal. Das nehme ich dem richtig übel, dass er gesagt hat, Nauders ist besser als Finale. Ich komme da drauf nicht klar, ehrlich nicht. Du bist ein Landesverräter. Pass auf, dass du diesmal nicht deinen Penis mit drauf hast. Der ist ganz schön haarig. Was war denn das dann? Ach, guck mal hier. Hier sind ja Babys. Ich ziehe jetzt erst. Ach, wie süß. Da muss ich erst mal ein Bildchen nach Hause schicken. Dann freuen sich die Mädels. Schau nicht. Enduro. Ah, siehste? Einfach mal chillen rüber, Alter. Hier möchtest du auch nicht runterfahren, wenn es nass ist, ey. Hier möchtest du nicht runterfahren, wenn es nass ist. Da kommt was hoch, ne? Äh, ich mein... Da geht die Stage los. Ja. Man sieht doch hier, dass das ne Rennstrecke ist, oder? Ja. Die wissen, dass hier ne Rennstrecke war. Vor kurzem. Guck, da geht's nicht weiter, ist gut. Alter, da geht's nicht weiter. Ja. E. E. D. Es geht weiter. Richie Route! B. B. S. B. 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 Untertitelung des ZDF, 2020